Bilal Rehmann ist TikToker. Mit gerade einmal 24 Jahren hat sich der Texaner über das soziale Netzwerk ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen als Inneneinrichter aufgebaut. Nun wurde ein Gesetz in den USA erlassen, das den chinesischen TikTok-Mutterkonzern ByteDance dazu verpflichtet, die Plattform zu verkaufen. Andernfalls droht ein TikTok-Verbot in den Vereinigten Staaten. Rehmann sieht darin eine Gefahr für Unternehmer, die auf der Plattform aktiv sind. All diese Unternehmen, die in den letzten fünf oder sechs Jahren auf TikTok aufgebaut wurden, werden unfassbare Verluste erleiden, ihre Kunden verlieren. Arbeitsplätze sind in Gefahr. Der Schaden, der dadurch entstehen würde, ist astronomisch und kann nicht wegen einer falschen Sicherheitslücke ignoriert werden. Das ist nicht fair. Die USA werfen dem Unternehmen vor, Nutzer auszuspionieren. Für den 24-Jährigen geht es um etwas völlig anderes. Die Gesetzgeber haben Angst davor, dass wir als neue Generation Zugang zu so vielen unbearbeiteten, ungefilterten Nachrichten und Informationen haben. Ich denke, das ist der wahre Grund für ihre Angst, angesichts der kommenden Wahl und allem, was in der Welt gerade passiert. ByteDance hat eigenen Angaben zufolge keine Absicht, die Plattform zu verkaufen. Der US-Kongress hat dem Unternehmen ein Ultimatum gestellt, sich binnen eines Jahres von TikTok zu trennen. Das ist der Wahre Grund, die in der Welt gerade passiert.